Mein Name ist Harald Rüssel. Ich bin Marc-Auriel Wulfors. Mein Name ist Nick Weiss. Hallo, ich bin Rainer Insen. Verliegen, ich bin Marc-Auriel. Wir stehen im Moment leider in der falschen Windrichtung bzw. der Wind kommt von der falschen Seite. Wir stehen natürlich wie immer richtig. So, kann weitergehen, ne? Aber schon ganz lustig. Wir stehen im Moment leider in der falschen Seite.